ja okay wir jetzt gleich weiter natürlich nicht zu gut cutten aber gut wir sind ja noch immer in der Runde bett was die wir gestern begonnen haben und dann ist zudem die sieben Gold zusammen das heißt ja und sagt man zu nennen so ein Ding namens Stärke Trank aber noch nicht nur drei Gold genau drei Gold brauche ich dann glaubst du weißt schon was für ein Eisenschwert nur getrunken strengt auch ein Gold oho okay das heißt mit dem besten Schwert wie schlötig der Schatz bis zu schütt und da ist nicht aber das hat Schärfe zwei oder so noch drauf und das beste Schatz 6 und er ist das heißt ich kann auch mit der Gegner mit dem hier fast so nicht sind ja noch in die zweieinhalb Herzen so und mit dem hier könnt ihr er mit dem wir es auch schon funktionieren guter für diesen Tag erst trinken ich glaube ich brauche weil der Zielgruppe kostet das hat man nicht alle Töne einfach als kalt 22 Eisner und ich hab zwei ich brauch aber drei Gold ein Gold noch dann hab ich das ist das Wort etwa und das muss man sich der Geil und gerät was kostet das Ding hier ist das ist sie mir kommt bis kurz dort zu schnell sieben heißen also ich habe noch mehr als ein Platz mit Faust er hat genug ja sagt Abstand was man damit es auch so ein Kuro gut ich bin gut wo ich werde und ein Schwerter ein Schwerter ein das muss man noch schnell bis zu Essen die Zerach auch Goldöffel er gibt es für Gold Prozent Prozent Gold er hat mit der Säule Pust-Bahn und Goldabschluss und Rundfunk ich habe noch was reingetan kommen ein geiler Gerät also der hat Schärfe 2 Hattbarkeit einen Rundschluss 1 8,5 Fertig der Mensch der Rundsau ist so ein wirklich Prozent an und dann kann zu Prozent gehen und hätten es drängt mit dem Trank wenn sie keine Rüstung haben geholfen Sonnenblatt ich schätze es sind Fache Frau Schie und verpischen die ich gerne nennen 8 Jahr und so ein Eingang erst mal hier zugebaut mehr doch nicht hat die ganz und so ein Team okay wir haben uns er schon mal die Sachen eingerichtet nach alle ich komme es aber auch mal in die Mitte vor Ort gar nichts ja wenn er mit ihm zum Gold und der Gold und die kommen die Mitte also dass nicht so interessant ist nur gut für uns sind zwar nichts können wir da behaupten Goldschwirt Level 2 das heißt mal wieder zusammenbauen das war wieder zusammen ablenken noch er ist nur ein Wendel überraschen dort wird auch ja noch keine Verbindung die roten müssen als in Roten bei diesen nur zu Hause so und zum Geld da und ich drücke den Schöpfung ich habe kein okay dann soll ich ab und du kälzt was das stärkste Schwert und tauschen dann in das erst mal tauschen das war aber später wiedergeben müssen wir sich bei der Sitzschule okay dann kannst du bis zu spitzokal ich habe ein Schiff und bekommt ihm ich habe schon die Beste ich auch ganz so weit er braucht sich die Tiefel bekommt gut alle kommen über Störte trank getrunken die Kammer war da sind sie noch kommen ich konnte und jetzt zum Teil Scheiße aber gern Scheiße der Meisenschwerter okay aber gut ich bin ich nicht die Kilo und er hat mich gehört die Kildring hier das neue Formel gesteckt werden kann bei der Untertitel mit dem Fall 9 vorgeheißen die es aufschloten und oder den einen ausgängigen sind ob es nicht einordentlich geführt aber ich kann mir das beste schwer tun und ich will uns ausrüstung aber gelohnt hat sich das ist doch stärker für jeden Fall das haben wir sehen aber auch gut erhöhnen noch für mich die auch ausrüstung holen Prozent der Kirche und selbst ist nicht zu viel ausrückbauch er hat mich gerade das ganze Gold und Eisen dabei also ich bin mir schön selbst aus ich habe ein Stück Eisen und vier Gold dabei hat er nie so sich mit so alles weiter nicht ich mach gerade mich ausrüsten also du machst auch so ist es ja ich bin aber doch gerade auch gekillt worden oder bestellte ich habe es auch immer gestellt hast er in die Wunschlichkeit er kommt auf den anderen killen naja so ein bisschen los und in die Mitte sagt er uns und zum Ziel so wie die Mitte der Bänselechner gekillt auch ins Jahr um Rudel gehört zu uns das ist ein bisschen schuld ich weiß alles ein durchschnitt das ist nicht bei einem Stream heute anfängt woher zu sie ist auch und ruhig gespielt ich schon vielleicht macht so Prozent der Ecke kloppt jetzt ist nicht mehr so erledigt die tisch ist nur Köln er nicht mehr so ewig ausgüchtern sind als noch kauft reich auf 50 Sachen drinnen und ich muss leider eine neue Welt kreieren das auch noch eines Kultus 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 hätten in Kraft und Kälte könnte ich uns jetzt Prozent schon Eisenböcke bauen und ich bin sachen die Gäste vorne das ist einfach ein Bett abbauchen von jemandem ja ich warte noch bei sich gewusst werden schabt weil dann komme ich auch also wenn ich den Sternstern kann die GmbH ist doch immer die viertex-damage ich habe alles alt das beste habe ich ausgerüstet als ich habe gerade noch ab war das Eisenschwert im Knüppel die Eisenhackel das Geld das sind glatten Sandstein das Eisen und das Brunson ist geholfen und dann hat es kommt auf Vorhaber durch ein Franschland scheiß Bogen hier okay ich hasse Bogen kennt ihr auch nicht alle ich hasse Bogen sowas von der Prokacke Kiffen zum Marschloch ich kann auch Sachen in Kiste tun hat und in der Kiste sind gute Sachen das Volk und ich nehme aus Schöner 2 und geht es einfach schloten mit dem Schlag und einfach ja und ich will jetzt meinem Kotz Kiste dann haben wir doppelt worden ich komme schon ein Gold und für die Spitze drauf kann man das als Abbau ja auch kann man auch da ist aber nicht im Block und kann sich zerstören also nicht okay dann habe ich jetzt zu zweitig ist im Grunde gestellt da tue ich jetzt einfach mal die er zu rein und in die andere Tour kommen die Sachen rein die unwettvoll sind er auch reisen und so dass die dann in die andere Kiste gut geht so für die Spitzhacke und den Spiel nach vorne wie gesagt ich wäre wenn um ich würde schon mal eine zweite und vieler mit zu stellen ich werde so eine zweite Kiste dann haben wir jetzt das ist er in den Bogen 9 fiktig von den Scheiß Bogen erftet mit ich er braucht man auch für uns Trend um sie gehen zu holen hinterher hinter den Eck ist er ein ziemlich viel Sachen ich dauern die andere dort ob ich es da wurde und das habe ich alles reingesteckt was wir noch so hatten dann damit immer Platz hatten ja ich war mir gerade selbst das Gold für einen Trank ich kaufe jetzt mal eine Bußplatte einfach schön ich baue noch ein Gold, dann habe ich den Stecketrank ja ich habe Stecketrank nice soll ich auch mitkommen soll ich auch mitkommen ganz so gleich, natürlich haben wir den Stecketrank und ich hole noch, weil ich weiß nicht, ich weiß nicht eben um 14 Eilern um 5 Eilern 10 Eilern und 6 und die noch ausrüsten er haben aber nur 10 Eilernhaus können und zwei Heilungen machen und also Heilungsdränke ich war ganz 2 Eilungsdränke für uns beide dann also jeder kriegt dann einen Trank Heilung 2 schon bis hin zu uns steckt er war schon der Strecke und heute durch die Durchsatzung der Enik ist die Enik ist durchs Reihen da das ist ein Trank Instantil und Zoll weil schon dass das Fleisch in der anderen ich hab die Dampkiste und dann noch dann Paulus oder Juken er hat natürlich noch die Sachen in den Jahren und okay und kann loswerden und jetzt ist es für die Folge ist auch noch drei Teilen zu heute geht es um um weil ich bin jetzt schon mal die Stärken ja gut die Hälscher in der Nähe um mit ihm und also ja mit Stärkung an Eisenschwert geachtet worden das ist untergefallen für die Hälfte ist auch nicht so scheiß Eil ja ich weiß ja auch untergekickt ich war aber mehr auf der Linie und dann wird der Verlust als ich wohl zum Bogen und ein Fall aller auf dem Bogen haben wo ich mir nur deshalb nur ein und dann haben auch ein aber eine Kämpfer sind das einfach so ein bisschen zu tun man sieht schon scheiß Bogen Bogen kein Bräuch er wohnt mit Russmann okay dann nimm ihn dir einfach mal Sachen in die Kiste na gut, hab ich auch schon gemacht so kommt noch ein weiteres Gold den ich aufhören ok alles easy ich brauch Gold ich brauche noch eines dann habe ich mit dem Bogen durch auf den ersten Bogen ich brauche auch Gold danach kann ich mit der Schwert wieder machen und die Spätzerkarte ich auch für Gold ja und ich brauche mein Zellenschwert und Spätzerkarte wir wollen es einfach mal keine Riesung ich gehe es auch nur mit dem Bogen könnten das alle anderen machen was es einfach auch mal was er kommt es wird sich nicht hier bin glaube ich und so einfach momentan der da vorne ist ja sonst im Team du weißt ja es gibt so einen Bug ne ich glaub das war ein Bad Wars sogar das mit einer Angel kannst du deine Teammitglieder wegpushen auch seht euch diesen Camper da an seht euch den an der schießt einfach nur die ganze Zeit instant auf uns so ein schlechtes Beispiel der Welt jetzt ich hätte den Mann von so einem Kanal aber die Bombe ist doch das an der dritte Altmann ich hab's durch die Sänger an einem Heiß-Bommer-Denisch-Mass dann erst an so alt und so für die Leute an alle anderen die ganze Zeit nur mit dem Wunten so er hat so auch immer nix und wird jeder abgabend die Hände und so ein Rücken und auch und das habe ich sagen wir machen einen Katzen und ich sage einfach nur scheiß die Wunten vor gut ist es morgen die Wunde geht morgen weiter Das war's.